Alles klar, Tobi! Komm schon, Sturzflug nach unten! Das Haus gehört uns! Auf geht's! Komm schon, komm schon! Wo geht's rein hier? Ah, hier ist er schon offen! Ach, komm schon! Was? Ich komm schon! Checkpoint! Ohne Spaß ist es ja übel! Übel! Haben wir jetzt eigentlich einen Rucksack? Ja, tausend? Ich glaub, der hat doch mehr, oder? Ja, tausend! Das sind ja 5 Millionen! Das ist ja schon! Danke für die Folge, Tobi Blade! Jetzt hab ich's verstanden! Glaub ich! Oh, das ist immer gut! Schrotz ist immer gut! Wenn der irgendwo campen und warten muss! Also, ich kann mir gut vorstellen, dass... ... ... ... ... ... ... ich wollte eigentlich gerade noch schnell wechseln ohne spaß ich wollte eigentlich gerade noch schnell wechseln zur pump gun aber ich habe es nicht geschafft aber zum glück wusste er nicht wie man das gewehr benutzt warte mal was habe ich denn jetzt eigentlich ich habe gar keinen helm ich habe schon gar keinen helm jetzt muss ich mal gucken da hat er ist nämlich besser oh gott ich habe danach geladen ich bin 83 83 ich bin gerade so mega erschrocken ohne spaß ich bräuchte mal ein paar t-shirts oder so die ich halt dann zur bandage machen kann warte mal ich nehme jetzt mal die granate mit und wenn ich dann das müsste eigentlich auch klappen wenn dann mal einer kommt beziehungsweise wenn jetzt nicht irgendwo einer drinnen verkämmt einfach granate rein und was da mal schauen wo ist mein eigentlich f4 zieh mich in der mitte habe ich eigentlich gemacht aber es kann sein dass ich den vergessen habe zu speichern aber das schau mal eben ach scheiße ja ich habe nur den namen geschrieben oh ich bin so ein trottel oh man kann nur mir passieren ghost ist halt überall ghost ist unsichtbar jetzt habe ich gerade 6000 reingeschrieben danke für deine 6000 euro ghost so okay wenn wir f4 da müssen wir eigentlich nur ganz viel ins süden laufen und dann passt das eigentlich wieder ich glaube so gewogen wäre mir nicht alles wenn ich den bogen nehme ich meine ich kann es in meinem realen leben ganz gut mit dem bogen schießen ja aber hier im spiel das habe ich einmal versucht und das einfach so der mist ich weiß gar nicht warum ich sowas überhaupt hier rein gepatcht haben was cool wäre wenn man jetzt hier noch so ein extra also ich habe ein bisschen weißen punkte wenn man da irgendwie da noch speziell so wie so ein fadenkreuz in counter strike irgendwie designen könnte das wäre übrigens cool da würde ich nämlich eigentlich immer bloß in der optik spielen da ich das übersichtlicher finde irgendwie weil wenn man dann so und hier das ist irgendwie so ungenau und ich finde halt bei denen der punkt ist halt viel genauer wenn man dann schießt hallo simon ich glaube nicht kamikaze ich glaube nicht ich glaube nicht ja die karte ist auch dieselbe und das ist immer das lustige weil die leute die halt wirklich regelmäßig dieses spiel spielen die wissen halt genau hier genau der baum ist hier in elfer oder so was da also die kennt sich dann halt so aus oder wenn die irgendwo landen wo sie hinlaufen müssen должны Crashs nicht mehrihin steht und so weiter und so fort und das ist halt auch das was ich auf eine art ganz doof finde gerade die man sieht halt richtig wer hier viel und oft spielt und wer nicht weil die meisten die ja übelst viele skins und sonstiges haben die haben halt schon öfters gewonnen oder haben halt schon geld reingesteckt um kisten zu öffnen zu öffnen öffnet gutes deutsch habe das ist bestimmt nur durch die lichteinstrahlung theoretisch müsste ich ja durch den schatten das sieht übelst genial aus das sieht halt sehr real aus aber das problem ist halt ich glaube wenn man die einstellung auf normal hat oder mittel sieht man bestimmt besser als so weil das ist dann halt nicht mehr alles so fein und wegen schatten und so also nein ich kann die nicht aufsammeln ich werde eigentlich ach ich weiß es nicht akka ist eigentlich ganz gut wie kann ich muss ich die oh mein gott muss ich die alle einzeln raushauen wie viel ist denn die akka also handy du bist raus hier hier das ist alles aber hier da ist jemand da ist jemand da ist jemand da ist jemand scheiße mal das ist ja kann Was? Hä? Lol. 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 Ach ne, da liegt sie doch noch. Stopp. Stopp. Also mal F5. Wohin mussten wir? F5 Im Süden Nord. Okay, passt. Passt. Ich habe nur irgendwie gerade ein dumpfer Gefühl, dass wir jetzt sterben werden. Das kann sein, dass der einfach nur vorbeigefahren ist. So, okay, ich nehme jetzt Wetten entgegen. Was werde ich jetzt für einen Platz? Wird es seit... Seit nett. Da drüben brennt ein Auto. Ich könnte mal wissen, von wo aus... Schossen wurde. 29, 28, 15, 30... Hallo Tioni! Tioni! Du warst schon lange nicht mehr dabei gewesen. Du Schlingel. Du Schlingel. Oh Mann, das kann lustig werden. Tioni! Wir sind gerade dabei... Wir sind gerade dabei... Zu raten, zu schätzen, was für einen Platz ich diesmal werde. Auf jeden Fall habe ich meinen Rekord von heute schon geschlagen. Ich brauche beim letzten Mal... Meines Erachtens 36 gewesen. Aber okay... Wir sind bestimmt schon in der Savezone, denke ich mal. Aber ich brauche irgendwas, wo ich Bandagen herstellen kann, weil ich habe nichts Gescheites. Ich sterbe bestimmt sowas von gleich. Oh Mann! Oh Mann! Nirgendwo Häuser. Okay, jetzt sind wir in der Savezone. Oh schau, der hat uns nicht gesehen. Ah! Kein Problem, Tioni! Kein Problem! Wie gesagt, ist ja kein Muss. Ist ja... Alles auf freiwilliger Basis. Weißt du? Ich hätte auch nichts dagegen... Hm... Müssen wir ringsherum laufen. Ich hätte auch nichts dagegen, wenn ich jetzt hier irgendwie streame und gar keiner zuschaut. Weißt du? Es wäre zwar ein bisschen langweilig, aber... Hätte ich auch keine Probleme damit. Von daher... Wie gesagt, alles auf freiwilliger Basis. Wenn du keine Zeit hast oder keine Lust hast... Kein Problem. Du Schlingel! Du Schlingel! Ich glaube, ich komme gar nicht mehr hoch. Das Problem ist da vorne, wo die geschossen haben, da kommt man eigentlich ganz gut hoch. Und da war ich glaube ich das letzte Mal auch schon hochgekommen. Scheiße! Scheiße! Boah! Scheiße! Warte! Tuni! Ich muss mich konzentrieren! Alles Gute nachträglich, D. Dankeschön, Tuni! Aber ohne Spaß! Das war jetzt gerade richtig, richtig... ...blöde Donation. Hahaha! Oh mein Gott! Wo ist der denn hin? Alter! Ey! Tuni, ey! Mahlzeit-Prophet! Auf jeden Fall! Danke, Tuni! Äh! Hä, der kann doch nicht wechseln mit dem Auto! Jetzt muss ich noch mein... ...mein Mikro... ...äh, mein Headset mal lauter machen. Hä? Wo ist der hin? Der kann doch nicht weg sein! Loll! Da hinten ist das Gas! Oh, warte mal stopp! Ich muss das mal... Ey! Stirb langsam, Gene Edition, ja! Hahaha! Oh! Ey, du weißt gar nicht, wie mir gerade die Pumpe geht, Juni! Jetzt mach auch den Spaß! Scheiße! Ey, das ist gerade übelst... Ey! Oh mein Gott! Dankeschön, 1K-Bro! Hallo! Ich trau mich ehrlich gesagt gar nicht zu gucken! Platz 25, Leute! Wuh! Jetzt komm ich dann... Jetzt komm ich dann... Da drüben ist ein Auto... Da drüben brannt da auch ein Auto... Das Problem ist... Ich kann jetzt gerade überhaupt nicht auf die Karte gucken, wo ich hin muss! Boah! Das ist grad so spannend, ey! Okay! F6... Okay, wir sind im grünen Bereich... Alles easy! Wir müssen... Einfach weiter nach Süden laufen... Mal genau Richtung dort... Theoretisch... Dann kommen wir wieder zu den Bergen... Und dann werden wir wieder von oben abgeschossen! Platz 22! Oh mein Gott! So spannend! Ja, ja! Genau, Juni! Aus dem Grund... Kannst du mich nicht einfach so erschrecken! Haha! Das war nicht nett gewesen! Haha! Oh Mann! Wir fallen auch noch genau in dem Augenblick, wo der mit dem Auto kam! Ich hab grad echt übelst Schiss, dass von hinten das Auto dann kommt! Du wirst zu spät hören! Oh Mann! Hallo Lina! Die begrüße zurück! Haha! An die Hauptstadt! Platz 21! Komm schon! Wir schaffen das! Eigentlich müsste Brüssel sein! Da muss ja irgendwo irgendwo jetzt einer stehen und es abknallen! Platz 20! Wuhu! Okay, ich nehme wieder Wetten entgegen! Ich gewinne zwar eh nicht, aber egal! Ähm... F6... Obwohl wir müssen Richtung Süden... Konstant Richtung Süden... Dann... Warte... Da... Okay, na gut, das passt schon! 19... Ach kommt schon! Wenigstens mal noch 5 Minuten länger! 15... Platz 12... Okay... Das ist bloß der opening push! Das sah gerade aus wie... Keine Ahnung... Das sah komisch aus! Ich will eigentlich schon mal hier raus, weil ich sehe ja überhaupt nichts aus, so ein großer weißer Schleier! Wenn jetzt da oben einer stehen würde, ich würde das nicht sehen! Und die Sonne blendet einfach so dermaßen! Also ich muss es wirklich mal wieder einstellen auf... Normale oder niedrige Qualität, so dass man die Schäler nicht so erkennt bei Ultra! Glaube ich! Ich komme hier nicht raus! Ich bin so am Arsch! Da kommt schon das Gift! Und ich komme hier nicht raus! Dreck! Wohl doch doch doch! Komm schon! Komm schon! Ich komme hier nicht raus! Ich werde so am Gift sterben! Ey, das ist doch doof! Komm schon! Komm schon! Komm, so steil ist es doch gar nicht! Komm schon! Ich bin so am Arsch! Scheiße! Ich bin so am Arsch! Warte mal, ich glaube hier drüben geht es schräg oder? Oh, das leckt gerade übelst! Ey, das gibt's doch wohl nicht. Oh mein Gott, ich bin so am Arsch. Nein, lass mich hier raus. Ich bin in Todesfalle. Scheiße. Komm schon! Nein, ich will hier raus. Nein! Ach, Dreck. Warte mal. 11,6. Wir müssen nach Süden. Wir müssen zu der Massen nach Süden. Okay, komm. Ich muss es jetzt versuchen. Wir müssen jetzt den Gift entgegen. Ach, das kommt gleich. Warte mal. Da ist Süden. Wir müssen jetzt übelst schnell da lang. Übelst schnell. Wir müssen versuchen, dass wir jetzt hier irgendwie links hoch können. Komm, hier sieht's gut aus. Hey, das gibt's doch wohl nicht. Wir sind am Arsch. Wir sind sowas von am Arsch. Da kommt schon das Giftgas. Ach Mann, das kann doch wohl nicht wahr sein, dass wir jetzt am Gas sterben. Im Ernst? Oh nein! Ach Mann! Oh, Scheiße! Scheiße! Hey, das ist doch mal richtig bescheuert. Oh mein Gott! Genau da ist die Grenze. Warte mal. F6. Das steht doch, oder? Warte mal. Jetzt muss ich mal gucken. F6. Theoretisch kann ich auch nach Westen. Äh, nach Osten. Osten? Ach toll! Mann, Osten. Ich will da hoch! So ein Dreck! Ich glaube, egal wo wir langlaufen, das ist überall für'n Arsch. Nee, das ist... Warte mal, hier. Können wir hier hoch? Nee. Ey, das ist ja richtig doof. No, bis hier. Oh, warte mal, warte mal. Hier, hier, hier. Komm. Hier. Ja, ja, ja! Komm schon! Oh mein Gott, bitte, bitte, bitte. 60 Sekunden, 60 Sekunden. Jetzt müssen wir uns... Alter! Ey, das gibt's doch jetzt nicht, oder? Ey, ist das jetzt euer Ernst? Ey, das ist jetzt aber nicht... Ey, das ist doch jetzt nicht wahr, oder? Komm schon! Lass mich hier raus! Lass mich hier raus! Komm schon! Komm schon, Top 10! Los! Top 10! Ja! Top 10! Und ich dafür gemacht, wir haben nur zwei Leute umgebracht. Komm schon, lass mich hier raus! Ja, ja, ja! Ja! Nein! Ja! Nein! Ja! Lauf, 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 lauf! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Lauf, 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 lauf! Oh, jetzt müssen wir aber die Füße in die Hand nehmen. Osten, 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 Osten. Äh, Süden, Süden, Süden. Oh mein Gott! Rennen einfach, rennen einfach, rennen einfach, rennen einfach! Top 10! Oh nein, 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 nein! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Scheiße! Oh mein Gott! Jetzt werden wir beinahe wieder die Klippen runtergerannt. Ey, wir müssen einfach so dermaßen rennen jetzt. Oh mein Gott! Top 10! Ich war noch nie in Top 10! Doch, ich war schon Platz 7 gewesen. F7! Oh mein Gott! Nein, 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 nein! Ich bin im Gas, ich bin im Gas, ich bin im Gas! Scheiße, 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 scheiße! Nein, das Gas ist schneller wie ich! Oh nein, 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 nein! Oh nein, nein, nein! Jus, Jus, Jus! Komm schnell! Oh nein, 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 nein! So, mehr kann ich nicht machen. Ich, hat jetzt jemand geguckt, wo wir sind? Oh mein Gott, ich werde so draufgehen, ey! Herr Loll! Bin ich denn dumm? Strottel! Ha! Ich hätte nur einen, einen Millimeter in die andere Richtung laufen müssen. Oh mein Gott! G7! G7! Wir müssen nach Süden. F7! Äh, F7! F7! Alles, alles hier oben, würde ich mal sagen. Oh mein Gott! Maurice Bubz, ja! Wahrscheinlich, bis sie... Oh mein Gott, das ist so spannend! So, hier sind die Berge, also hier, theoretisch sind wir jetzt genau hier irgendwo, nehme ich mal an. Und die werden alle, guck mal, weißt du, wie ich jetzt perfekt so eine Wand hochlaufen kann? Ey, das ist doch sowas von dermaßen scheiße! Na, boah, das ist jetzt hier irgendwo hier oben, welche lauern. Ja, da oben war gerade... oh! Okay, den hole ich mir als erstes. Der sah nämlich sehr so aus, als hätte er nicht so wirklich eine Ahnung. Mal gucken. Nein! Okay, ich habe nichts gesagt. Oh mein Gott! Platz 10! Oh fuck! Oh! Haben wir noch einen gekillt? Ich meine wirklich, das waren zwei. Darauf erst mal ein Amicelli. Oh mein Gott! Das erste Mal, dass ich solo unter den Top 10 komme. Wahnsinn! Wahnsinn! Oh mein Gott! Ey, das war so spannend gewesen. Oh, erst mal Luft holen. Boah!